Nimm dich draußen mit. Leider, kannst du doch noch. Verhungerung? Oh, der Fisch war schlecht. Ja okay, vielleicht hätte ich den nicht essen können. Wenn es so ein Stats wieder halbwegs ist, ist es in Ordnung. Okay. Ich sollte mal unser Gravitationsfeld da weg holen und bei uns irgendwo hinsetzen. Ich habe das Spiel lange nicht gespielt. Kann das sein, dass die Strahlung sich immer weiter ausbreitet? Ich kann mich nicht erinnern, dass die schon so nahe immer war. Ich will da nun mal ein Gravitationsfeld wieder haben. Bitte lass mich die, bitte lass mich das kurz holen. Danke und schnell weg hier. Oh guck mal, viele Leben verliehen wir dadurch nicht. Also... Einmal hinschwimmen zur Aurora und wieder zurück. Okay. Am besten nicht. Wo könnte man Fasergewebe finden? Okay. Entschuldigung. Das war mit Absicht. Du bist gestorben. Ach danke für die Info. Ich habe gedacht, ich habe mich nur teleportiert. So, du kommst her. So, und du leistest jetzt hier mal Arbeit. Oh, den nehme ich auch. Danke. Und ich wollte ihn nicht wieder nehmen. Oh, den nehme ich auch. Ja. Den können wir nicht. So. Einmal rein. So. 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 Das war das auch schon wieder. So. 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 erst, ob auf der geplanten Route irgendwo ein Planet ist mit einer Waffe und dennoch so ein blöder Wasserplanet ist. Achja Ich schwimme jetzt seit die gleiche Route, aber es fällt mir noch rüber und ich kann sie schon mal auf diesen Griff geteucht werden. Ich spüre damit ein Ausgabe und kann sie auf den Schrauben Ich weiß nicht, ob ich schon so weit weg bin. Vielleicht hört der Planeten vor mir auf. Funkspruch. Ich wollte nur eine Ausrede haben, um wieder zurückzukommen. Sunbeam. Nimm mich mal an, dass sie das ist. Ich weiß nicht, ob ich die Idee. Ich weiß nicht, ob ich das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber wieso wird mir Sachen angezeigt, die ich selbst nicht herstellen kann? Fahrtfinderwertzeug? Ist das neu? Was passiert eigentlich, wenn ich eine Basis baue in dem Reaktion? Im aktiven Bereich schützt mich meine Basis eigentlich davor? Oder nicht? Strahlung jetzt wird er... Komm? Naher? 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 Sonst krieg ich nichts davon. Hm. Ich weiß es halt so gut. Jetzt auch immer ist es drinne. Ich schwöre das verlieren es halt nicht drinne. Hier arbeiten und die Flubetrack auf sie vertrenden so weiter. Was für Eure ist nicht genug? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Mütter ist voll. Die Tarnbahnstoffenergiezelle. Okay, machen wir gleich. Ich würde das gerne erstmal. Und bleib Raum nur noch. Ja, krieg gleich alles mit dazu. Okay, jetzt können wir den Strahlenverbreitenden Kabelsatz. Wäre auch nochmal gut. Vielleicht nicht jetzt. So, jetzt dürfte mir die Aurora keine Probleme mehr machen. Ja, tut ja auch nicht. Okay. 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 Okay, für ne Luke brauche ich noch Quarz. Wir müssen uns mal kurz interessieren, was passiert, wenn ich den jetzt abnehme. Strahlung. Anlegen. Keine Strahler mehr. Aber ich bin ja auch nie in einer Aurora, ne? Ja, so ein bisschen. Da hingegen sind wir nah dran. Ich speichere nochmal ganz kurz. Neue Blueprint, Acquired. Neue Blueprint, Acquired. Ja! Neue Blueprint, Acquired. 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 Ja Die Läden sind gleich Ja, da war ja was. Ja, ich mein, B-Ware-Tack könnten wir nur nicht bauen, weil wir den Mateswake-Raum noch nicht haben. Ich weiß aber, wo er ist, also wir werden ihn auch mal kriegen. Uiuiui. War mal Quarz und Kupfererz. Zwei Mal Quarz und Kupfererz. So, dann würde ich jetzt gerne so weit machen, dass wir die Basis fertig kriegen. Und dann die Fahrzeugstation und die Seemotte bauen. Weil sobald wir hier eine Nachricht bekommen. Das war auch nochmal ganz cool hier. Kupferdraht und Kabel-Satz. Bauplan leg ich mir auch nochmal auf. Und Kupferdraht. Und Kupferdraht. Kupferdraht. Hmm. Vielen Dank. Den können wir nicht löschen und den können wir auch löschen. Ja, das wird gleich auch noch interessant. Bauplan anheften. Und mobile Fahrzeugstationen anheften. Und das kann ich auch schon mal anheften. Wir brauchen noch Quarz. Und wie man sieht, sieht man nichts. Okay. 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 Inventar voll. Ach Quatsch, die Luke habe ich doch schon. Okay. 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 Können wir hier wahrscheinlich nicht hinbauen, ne? Ein Schild! Oje, das habe ich jetzt komplett vergessen. Ein Schild! Power restored. All primary systems online. Welcome aboard, Captain. So, dann. Dafür bauen wir Tischkorallenprobe. Die können wir uns eigentlich auch besorgen. Und dann müssen wir uns in die Sachen für die mobile Fahrzeugstation und dann die Seemotor. Korallenprobe, die war doch irgendwo hier. Und dann. Und dann. So, dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020